eben tust du noch ja aber die anderen laufen in meinen kranken auch ganz ganz viele bitte nicht gleich einer geholt die dann schädchen sporn lüchte dann noch aber stimmt das kann ich auch noch stellen ja dann gibt's mich bin und ding hinter mir danke wer auch immer hier und die klasse da wird mein dinger behaft hast du auch medica nein wenn es an die verteidigt man san die opferde euch für meine sand aber dann könnt ihr auch hier ist kämpfen ach super ich habe es direkt neben dem trupp sporn von denen gesetzt ich bin manchmal echt ein schien hier kann das sein ja juhu kill oh mann wir schießen schon wieder ja jetzt ist er weg und der spion hockt nebendran und macht nix ach so das war's ja du du bist nebendran gesessen hast nix gemacht und ich habe ein standball gehabt ach so ich habe mich gerade kein bisschen bewegen aber ich habe gerade von der schweren verfolgt ja da ist ziemlich viel beef ja mein spawn beacon ist auch weg warte ich gebe dir mal den lied und dann kannst du das spawn beacon setzen ich bin tot ach verdammt ich habe mich jemand mit einer baron das ist nicht gut nein 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 so und jetzt folgst du mir am besten dann kannst du dir einen sandy holen ich gehe einfach durch einen teleporter gehen ja ich gehe einfach durch einen teleporter gut dann brauchst du mich ja nicht weil ich kann ja fliegen eben und ich bin ingi das war auch ein bisschen doof so jetzt bist du richtig du hast sogar die ähre zu fahren weil ich habe gerade apps probleme ja ok komm raus komm raus schnell lass und ich überfasche mich hör auf ja das war eine coole sache ich bin im stürzen auf deine was ähm so äh hier alt und y also einfach y drücken oder so hier ach der tote kopf gefällt mir auch so wirklich deine kühlerfigur ja so jetzt wo parke ich den dinger am besten ob das dritte wer bei der park parker partier weil hier übrigens dann gleich der punkt na ja aber ich kann hier nicht packen ich muss wissen ich glaube wir sind zurück klappt ihr ist sauer hier kann ich tragen ach er wird sich revanchieren wenn der sauer wäre gefragt oder kann nicht eingesetzt wenn wir natürlich in einem feindlichen bereich wenn ich bin doch außerhalb jetzt kann ich endlich aber ich habe nicht gedacht dass der so weich ist und einfach explodiert bin ich gegen vor ich habe schon mal geschafft dass ich bin seiner renne mulde reingeflogen bin einleitigen stadt runter und der ist so um die 10 20 meter in die höhe geflogen ja das ist echt wenn du meine videos angucken das tut mir echt fett sorry das war echt keine absicht nein nicht in die granate reinlaufen noch scheiße eben tust du noch ja aber die anderen laufen in meinen kran oder ganz ganz viele wird schon wieder verfolgt er immer immer noch für die schweren jahre was ich sehe sva ja ich hab sie aber da hinten ist ich hab sie nicht aber auch vier kürbiskerne habe ich bekommen aber im teilgenommen haben bestimmt die flippen und unsere live ist auch weggeflippt wie ich wollte eben so ein bisschen der riski weiß was jetzt schon wieder etwas bis 24 feinde und 45 8 24 48 eigene wieder schauen wir wissen ganzes platoon jetzt gekommen oder sowas einfach 24 bis 48 jahr klassisch auch nicht zahlen spannen ich habe das war die die galaxy woher gekommen ist nicht nur wie keine maximalen 12 auch mitnehmen aber vier kürbis haben das ist immer schön besser als nichts und dann die wird angegriffen und dann ist weg die 44 schlampen laborator na gut liberator haben wir da berater mit 20 jeder kommen gucken wir uns doch mal auf dem baum rauf läuft unnötig weil hier was man ich gibt läuft unnötig viel wir kann sich doch einfach oben auf dem baum hochfliegen also ich könnte auch vorhanden unsere spawn bieten da oben schön eng wir zwischen platzieren da war es gerade hier 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 ich habe irgendwo da oben dieses geht perfekt oder zwischen der astgabelung ich habe gesagt also besser kann man jetzt jemanden wegen nicht haben ich glaube die 7 auch nicht und zu mir was sagen ich laufe du bist jetzt in der ersten reihe um nicht vorwärts ist von der sich gerade wie die kommen von uns nicht vorwärts die anderen ja gut da ist das ball von denen da wissen brauchst du nicht unbedingt davor stehen wenn du nicht todes sehnsüchter hast recken einfach viel zu viel da rutscht eine verboden der leiche aber hier ist ja nichts los in langweilen pushen ja nicht mal die hoffen alle wahrscheinlich und denken im spawn können ja selber nichts machen das ist ja rechts ja ein habe ich noch gekriegt 486 würde es hatte ich auch noch nicht fps auch ist man schafft 0 fps aber unser ist meine seger hast du mal die spawn bieten gesehen aber wir haben echt ein komplettes platon ringsum rum es sind 44 sandys bonums um uns herum stehen und strategisch platziert ja das ist ein komplettes platon was hier noch greift ich weiß bloß nicht welche fraktion also welches outfit aber ich denke rps ist naja ich hätte nicht nur sein komplettes platon ist das ist eher rps ist zum größten teil hier von blau bei rps rps sagt mir jetzt aber gar nicht ja auch nicht deswegen wundert es mich aber die haben die dinger recht gut platziert ist dann dies also vier stück schön ringsum aufgestellt 48 bis 96 eigene damit kann man was anfangen um rps hat es eingenommen ja gut es kann ja auch einer gewesen sagt jetzt nicht so viel macht die wasser die macht jetzt hat da macht die masse wie viele personen im anteil waren wer das ist damit gecaptured hatte okay gehen wir nach unten ja ich habe den druck blieb gegeben weil meine spawn biegen abgelaufen ist eben schon sagen darunter gehen wir wird angegriffen aber richtig moment hat zwar nur recht wenn ich da naja wo wir sind da musik im fahrzeug spawner wird gerne hinfahren weil ich habe schon so negative kd und so einfach verlegen ein tod dann komme ich natürlich rüber und helfe dir und wir haben noch 20 minuten die waffe auf die klone egal ptw muss noch gespielt werden und die pistol oder ist ein lightning zwei leiten ding naja ein brawler was für ein hässliches ding ich hoffe dass irgendwann die performance updates rauskommen oder ich nur ein pc mir ist weiter völlig egal ob da irgendwas also oder beides performance update und neuer pc aber auch ja 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 ja